Moin Leute, was geht? Willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo mit dem Titel Meine Projekte im Sommer und hiermit werde ich mit euch einfach nur so ein bisschen bereden, was innerhalb dieses Sommers auf jeden Fall auf meinem Kanal kommen wird. Fangen wir mal direkt an mit einem Projekt, was direkt morgen am Dienstag starten wird und dann auch jeden Dienstag und jeden Mittwoch wöchentlich erscheinen wird und das wird nämlich etwas mit Fußball und auch etwas mit FIFA zu tun haben und zwar die FIFA Champions League. Was ist die FIFA Champions League? Ganz einfach, ich nehme einfach 32 Teams, ich habe mich jetzt für die entschieden, die auch letztes Mal in der Champions League dabei waren und die Teams, die es in FIFA nicht gibt, habe ich jetzt durch andere, stärkere, wie zum Beispiel Manchester United oder Chelsea, die halt nicht dabei waren, ersetzt und lasst ihr da gegeneinander spielen, also dass der Computer selbst diese Spiele macht, ich habe da gar keinen Einfluss drauf und damit das nicht so langweilig wird, tue ich halt immer acht Spiele in eine Konferenz sozusagen packen, wie man es halt vom Fußball so kennt, wenn man so eine Konferenz guckt und ich kommentiere das auch, damit da dauernd für Abwechslung gesorgt ist auf jeden Fall. Die erste Folge ist schon fertig geschnitten und ich bin recht zufrieden damit, da könnt ihr auf jeden Fall morgen gerne mal reinschauen und dazu gibt es auch eine Website, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Kann sein, dass sie noch nicht fertig ist, wenn ich das hier gerade aufnehme, wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten Tage fertig sein und online kommen, richtig? Und da seht ihr auch die Gruppen und so. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Dann möchte ich auf jeden Fall während der Sommers noch mit Mario Kart Wii beginnen, denn ich möchte mal so ein paar Mario Karts durcharbeiten und mit Double Dash bin ich jetzt schon fast fertig, deswegen starte ich jetzt auch direkt bald mal mit Mario Kart Wii, da habe ich aber die Indigerin Cups so ein bisschen noch auf meinem Nebenkanal, mein Zweckkanal, Maxapai LP hochladen. Ähm, Mario Kart Double Dash, also noch eine letzte Finale Folge gekommen, das zieht sich etwas, aber es wird auf jeden Fall spätestens innerhalb des nächsten Monats noch klappen mit dieser Folge. Und dann werde ich auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal so gaming-technisch, natürlich werden auch noch random lernen wie andere Spiele wie Battlefield oder Rocket League mal so random auf meinem Kanal kommen. Das war es gaming-technisch, jetzt kommen wir mal zu den wrestling-technischen Sachen, natürlich weiterhin Reactions zu den Pair-Valios und, herren, wann mache ich vielleicht echt nochmal eine zu NXT TakeOver Chicago, das hatte ich mal lernen, wie auf Twitter getweetet, dass ich das noch machen werde und ich werde es einfach noch machen, ich verspreche es, auch wenn es sehr spät sein wird. Und, ja, ich möchte auf jeden Fall in Zukunft auch, weil die meisten Leute auf dem Kanal sind halt Wrestling-Fans, ähm, mehr Wrestling-Videos machen, und zwar halt so ein paar Meinungsvideos auf aktuellere Themen, können auch zum Beispiel Reviews oder Previews sein, und ich habe da zum Beispiel noch schon ein Video im Partner, wo ich über die Sachen, die mich momentan in der WWE, beziehungsweise an der WWE stören, ein bisschen spreche. Und im Sommer wird auch noch ein richtig, ein etwas größeres Wrestling-Projekt, was auch wöchentlich dann kommen wird. Zweimal die Woche, um genau zu sein, starten auf dem Kanal. Ja, das war es mit dem Wrestling-technischen, und dann wird es natürlich auch, wie sonst immer, noch Film-Reviews geben, und im Sommer wahrscheinlich wieder ein paar mehr. Und auf jeden Fall auch noch Star Wars-Videos, da wird zum Beispiel dem nächsten Episode 6 Review kommen, wo ich aber leider alleine bin, ähm, und auch noch eine Review zu Forces of Destiny, dieser Mini-Web-Serie, sowie Videos zu Darth Bane und sowie Darth Maul nach den Klonkriegen mit Bildern und so ein Kram. Das erwartet euch so Star Wars-mäßig auf meinem Kanal, und das war es jetzt mit diesem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns dann morgen bei der Champions League. Bis dahin, ciao!